Guten Morgen, Bürger und Scharlatane zum Final Countdown von Ace Combat 2. Nein, klatsch. Wir sind noch lange nicht durch, aber man merkt wirklich, dass der Krieg ein bisschen unsere Richtung bewegt und wir diesen allmählich Herrputsch auf dem so geranischen Kontinent, wenn ich das wieder richtig ausspreche, langsam niedermachen. Nein, aber noch schauen wir mal rein, wie es da weitergeht. Weihnachten sind wir zu Hause. Ihre letzte Mission of Operation Bellissima ist, um zu brechen durch die Kriegung der Kriegung und ihre C-4. Das ist ihre letzte Länge der Defensivität. Unsere Krieg ist investiert in ein paar Unionen in diese Operation. Extremely heavy resistance muss man erwartet. Es wird schwer, aber wir können es tun. Target, die Kriegung der Kriegung. Eine Fierze Behandlung ist erwartete, aber wenn wir zu brechen durch, ihre Headquarters will be well within our reach. Good luck. We're counting on you to wipe them out. Okay, der Gegner schmeißt uns nochmal alles entgegen, was er hat. Verfallt. B2-Bomber. Big Batman. Man. Die Big. The Big Batman. Ach, die Codenamen sind geil. Der Prototyp-Bomber, den wir schon mal zerstört haben, hat es doch geschafft. Also Mist. Soos. 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 Und manche Flugzeug angreifen. Schade, das final kommt und nicht zählt, weil danach fühlen sich ja die Missionen wieder zusammen. Aber egal. Was volleres geht und man voll eingesteckt. Eingesteckt, okay. Die Araska. Na komm. Werde ich nicht, dann freundlich schon abgeschossen. So, ne. Jetzt. Oh, oh, da hat sich dann der angeschlichen. Und die Big Bad Mom. Ich habe lange kochen es hier, schraubig gemacht. Nach einer von den süßen Angriff bis hin. Das andere ist wie selber eine große Erfassungsreichweite. Oh, nichts mit Cobra Manoeuvre hier. Das war's. 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 Das ist ein Ende. Ja, ein Ende. Oh, noch einer. Das ist ein Puppel, nur. Oh, Luging, Luging. Ich will dir aber auch nichts bringen. Ergib dich oder steig aus. Oh, der kann noch ausschleiden. Er konnte ausschleiden. Die anderen Ziele sind hier auf dem Radar. Weil das ja alle eine Fankoffenbomber und Co sind. Guck mal. Wo die Big Big Mom ist. Das ist ein Puppel. Da haben wir. Dann Kaffee lang. Dann Kaffee lang. Ich nahm uns erst durch den Kaffee lang. Obwohl die mich den ganzen Tag nerfen. Achso, geht's gut. Geht's gut. Ja. 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 Da kommt die dicke Mama angeflogen. Die muss gut im Schluss auf. Oh, überrissen. Aber das ist ein Vorteil. Komm, Raptore. Oh, der macht nach der Zuge. Oh, cool. Ja, gerne. Manchmal haben sie ein paar Maneuver drauf, die das aufeinander ziehen. Das ist der Hammer. Er hat einen Abschwung gemacht, damit er die Raum zählt. Machen die zwar nur im späteren Spiel, bei Bezug auf Fliegern, aber egal. Die Spiel ist Coco Maneuver. Du entkommst mir nicht, Mensch. Ja, gut. So, wir haben gedacht, hier muss der Schluss auf. Oh, das ist ja schön. Wie weiß. Oh, das ist ja schön. Ich muss auch viel RTieren, ich kann sagen. Als ich livro negócio, dann kann ich dir����. Wir kommen zurück, das ist ja. Wir wollen hierких cerve— Ja, genau. Ich bin Zurück channels vote in der Zusammenmilliöden. Ja, immer nochmalsorte. Da Eddie Eggsollпов 구 amazingly geht. Man sieht, die können außer an sich gar nicht bei mir. 30% Schaden. Das ist aber auch eine sehr langsame Ziele eigentlich. Oh, ein Flieger? Ein Flieger? Ich traue die Flieger. Das ist gut. Guck mal aus dem Schirm. Na gut, okay. Mach mal saufen. Ich war die. Okay. Bin die eigentlich da nicht mehr auf dem Schirm? Na ja, okay. Sollte ich stören? Mach mal ein bisschen Munition. Oder Su25, kein Gegner. Aber das will ich schon mal auch nur mit Erdkampfflug so ein bisschen für den A10 E-Demission. Das war dann schon ein wenig nerviger. Mach mal. Sieht ja auch mit dem keine Probleme großartig. Mach mal, die Mixt deutlich nerviger oder die 37er Suis. Der Gegner schmeißen halt alles in die Bresche, was er noch hat. Das ist gleich vorbei. Das war es so. Das war eine Bresche. ... 我是 krittig. Im Kporte Ende des Machines bet вокals sehr hoch. Vierst Callan. Bis zummachin. Bis zummachin. Guck mal. eigentlich in sich eine langweilige entspannen das von der optik her auch nicht aber naja wir wollen nicht meckern nicht zählen durchgang bereich wären wir was geworden regadegeneral und hier in der geschenk box würden sich die beiden wege wieder zusammen gucken wir mal was passiert bis dann liebe bürger und schade